Ja, willkommen zu einer weiteren Folge nach langem von Minecraft. Das hat sich jetzt doch ein bisschen hingezogen. Das lag einfach daran, dass ich kaum noch Zeit hatte, für irgendwas aufzunehmen. Und hier zwischenzeitlich noch meinen Urlaub war. Ein bisschen noch die Uhr genießen. Und da kam... Ich hab gebogen dabei, das ist auch nicht so gut. Ach komm. Ähm... Und da kam ich einfach nicht so gut zum Aufnehmen. Äh... Weil ich hab... Nein... Ich hab... Kein Laptop... Kein leistungsfähigen Laptop... Der hier Minecraft unterstützt. Nicht mal auf den kleinsten Grafiken... Alle... Jetzt hockt er die ganze Zeit da. Nicht mal mit den kleinsten Grafikeinstellungen. Äh... Schnauze... Ach komm... Ach komm... Westwald... So... Ähm... Und dann kann ich da natürlich auch nicht aufnehmen, wenn ich... Kein Gerät habe, mit dem ich aufnehmen kann. Mit dem neuen Texture Pack... Also mit dem Texture Pack hier... Boah... Das rote Alter, das... Brennt mir gerade die Augen weg. So wie so... Pssst... Augen ausgelöscht. Nee... So... Boah... Alter... Bin ich voll erschreckt, Tiger. Aber wir müssen in die Richtung... Nicht jetzt mal heim... Natürlich fahre ich gleich... Fahre ich noch unterwegs ein bisschen... Komm, mach das Ding doch kaputt, ey... Boah... Ach komm... Schnauze... Da... Und dann, wenn der gut wird, weiß ja noch... Du bist... Dann explodierter... Ach komm, eck mich doch... Schlück mich... Ja... Ja... Siehste... Immer dann, wenn der gut wird... Ein explodierter... Epischer Kampf... Wer wird gewinnen? Ich oder der Gast? Ach komm, ey... Bitteschön... Ich habe dir das Leben erleichtert... So... Ach... Meine Fresse... Ich habe jetzt also langsam... Äh... Bisschen... geguckt... Ähm... Ich habe mich schon nach neuen Spielen umgesehen für die nächste Zeit... Aber der Ding ist... Ne... Die kommen ja alle erst so... Auf... Weihnachten hinzu raus... Gerade dann, wenn es Weihnachts... Das ist... Button dead... Man kann sehen, ich habe nicht... Seit langem nicht mehr gespielt... Da ist in der Teer... Ich... Ich traue mich auch gar nicht raus zu gehen, weil ich nicht sehen will, wie es aus... Da will ich nicht runter... Sieht komischer aus auf der Karte... Egal... Aber ähm... Ja... So... Man kann ja auch mal kurz sagen... Steam, ne... Die bringen ja immer gute Games, ne... Aber... Ich habe heute mal so ein bisschen geguckt... Ja... Was kannst du noch machen... Was wäre noch ein gutes Spiel... Äh... Aber gerade ist halt nichts... Ne... Das ist das... Gerade kommen halt keine guten Spiele mehr... Ich... Ja... Dann halt auf Weihnachten hinzu, ne... Winter... Die ganzen neuen so... Ach... Call of Duty... Once Warfare... Far Cry... Pfff... Alles Mögliche... Neues LOL Update... Was es so gibt... Ja... Ja... Ich hätte vielleicht eine andere Playlist dann machen sollen, aber... Pff... Das ist mir jetzt gerade scheiße... Ja... Eigentlich... Hab' dacht... Nimm's mal... Die gute Minecraft Playlist... Denn... Ja... Das ganze... Alpacken nicht da... Jedes Mal... Wo es noch ins Rival Games gab... Das ist ja für das... Ganz gut... Aber für so längere Aufnahmen... Nee... Ach... Komm... Halt dat Maul... Der hakelt... Da bist du zwischendrin mal... Kleine... Drrrrr... Ich weiß es nicht... Ach... Der klapp ich erst... Aua... So... Da ist noch was... Weg... Ah... Na... Da kannst du gern schießen... Das macht mir nix... Das kannst du ruhig machen... Ich hab' zwar ein Spiel... Was ich... Äh... Was man noch... Machen könnte... Vielleicht wird... Wird da demnächst mal... Was kommen... Mehr verrate ich dazu noch nicht... Ich hab' immer so kleine Haken... Zwischendrin... Was ist denn los? Das... 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 Komisch... Ich hab' das Minecraft auch mehr anzugewiesen... Aber wenn das dadurch zu ruggeln... Dadurch... Ruggler verursacht... Kann ich mal schauen... Ich hab' 118 FPS... Das macht doch nicht mal so komische... Junk Updates... 47... Dann mal kleinere Zahlen... Und dann wieder große... Man kann's ja auch hier oben sehen... Ich hab' jetzt dem Spiel 6 GB zu gewiesen... Mehr mach' ich... Will ich grad' nicht... Denn das reicht eigentlich... Vollkommen... Wenn man sieht... Ähm... Da oben... Hier wird nur 400... Darüber geht es fast gar nicht... Also es geht nicht... Es geht... Nicht über 600... Von 1000... Ne... Von 6000... Von 6000... Wenn das... Wenn das es ist... Das hier so verrückter verursacht... Dann... Mach' ich... Da ein bisschen weniger... Ich glaub' ich... Moment... So... Äh... Ich glaub' ich... Weil... Könnte auch... Ich vermute mal... Ähm... Das könnte auch... Daran liegen... Dass ich die Leistung... Nicht hochgestellt habe... Aber... Ja... Ist jetzt nicht irgendwie wichtig oder so... Nein... Jetzt hab' ich jetzt keine Lust... Drauf... In der Aufnahme zu machen... Deswegen... Dann erst in der nächsten Folge... Schau' mal... Ob's da rangelegen hat... Wenn nicht... Äh... Schau' ich noch mal nach dem... Äh... Junk-Loading-Problem... Da hat ja da... Da so einige Hakeler... Zwischendrin... Da lädt auch die Junks immer so komisch... Ich versteh' das nicht... Weißt du was... Ich kann ja mal gucken... Moment... Performance... ... ... Ich guck mal... ... ob es besser wird... Ja... behaviour... So, dann haben wir erstmal ein bisschen zum Bauen, ne? Das reicht ja erstmal für eures. Das brauchen wir ja gerade erstmal nicht. Klar, wenn ihr das letzte Video gesehen habt. Alter. Aha. Aber wenn ihr das letzte Video gesehen habt, versteht ihr, wofür ich die ganzen Dings brauche. Die ganzen... Lektisch. Hey. What the fuck? Spawn Protections. Stimmt, Entschuldigung. Ich hab' ich schon vergessen. Ich spulle erstmal den Creeper. So. Ja, man sieht jetzt, ist ein bisschen verändert. Aua. 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 Ich glaub' das lag wirklich daran. Aua. 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 Baumhaus. Aua. 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 сделал. Und wenn ihr zeigt. Aua. Aua. Wie ist das? Ich bin halt auch alles. namenmäßig hässlich aus naja soll schau mal geschenkt von mir kommt was hat er mir geschenkt alter das ist aber nett das ist ja ein lieber ja ich hab die ich hab den anderen auch gesagt weil die alle lehnt verhalten leute es geht los ich hab den anderen auch gesagt weil die level farben wollten da habe ich gesagt wenn ihr schon level farben dann schmeißt das kies irgendwo bei mir in die kiste nicht der kies das habe ich hier das quart kann ich das kann ich gebrauchen für mein haus und ja das ist ja dankeschön und dann muss ich ihm gleich mal ein schildschirm schreiben da muss man sich gleich mal bedanken kann ich auch bei die lieb liebfeuern die ja ha 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 kist so da haben wir ja einiges drin aus zettel noch von der netter basis das hat nicht gesehen wo ich die ausgeräumt habe ich habe vor ich habe da auch noch ein paar bücher entschieden das habt ihr nicht gesehen denn das habe ich off-screen gemacht weil so ein netter fest und jetzt ausräumen ist jetzt auch nicht mehr das spannendste ich habe nicht vergessen ach das ist doch einiges besser einiges du kannst dich verbieten wenn man die letzte folge gesehen hat weiß wir brauchen ziemlich viel platz für unser aus ziemlich hoch so gerade vielleicht mal hoch minecraft sound so ein bisschen lauter so ich kann mal schauen nicht die letzten Endes machte ich nicht Kiste spackt um Naja egal Ein Schlafraum Ich entscheide den mal kurz Nur dass es so ein bisschen schneller geht Das hat man jetzt voll in der Aufnahme gehört wahrscheinlich Vielen Dank nochmal dafür Ich mach das erstmal weg Bin ich ein Hammel Ist jetzt egal Wir haben hier zwei PCs im Haus Nicht so eine überragende Internetleitung Vor allem der andere PC Nicht der hier Der ist super Der zieht fast Ich hätte vielleicht mir eine Enderjazz mal bauen sollen irgendwann mal Hm Na vielleicht mal nicht schlecht gewesen Na der eine Diamant Ach komm dann nehme ich halt Steinschaufeln Geht halt schnell Ah ich baue jetzt sowieso nicht so viele Und Das bisschen Ach komm Huch Hinge fest Und der andere PC wenn der an ist Du schaltest Kaum schaltest du den aus Egal in welchem Äh Spiel du bist Wo du irgendwo Online bist ne Auf Servern Auf Was weiß ich Komm schaltest du den anderen ein Nebenher Da fängt Irgendein an Das Fängt das Online Spiel an zu lenken Zu ruckeln Und warum Weil der Dinger einfach so viel Internet zieht Da kannst du auch Gleich Nasa Computer anschließen Der so langsam läuft Mit großer Leistung Der hat sie nicht mehr Internet Da kommt es aufs gleiche raus Wobei der Ding Wahrscheinlich Nasa Ding In der Weine schlecht Äh Flüssige läuft Klar sind ja solche Kasten Aber alter Der Ding Das zieht Internet Da Da kannst du ja auch Gleich Halt Und ne 4 Gedrückt halten Kannst du mal gucken Was dann passiert So Und ich schommel Hab gern da immer Gestellt Ich Ich schommel Ich schommel Ich schommel